So, lieber Marco Puscher, das ist jetzt noch einmal die Gelegenheit, diesen wunderschönen Jet fliegen zu sehen, von einem unserer besten Piloten, Martin. Gib Feuer! Ja, das kann passieren. Servo, Umkehr, falsche Richtung. Jetzt hat Martin das aber richtig eingestellt und ich denke mal, jetzt werden wir gleich einen fantastischen Start sehen. Boah, nervös, sehr nervös. Natürlich speziell trimmen. Ja, Martin, der schien mir sehr nervös. Du hättest ihn vielleicht noch ein bisschen... Na, wie heißt das Zauberwort jetzt? Wie heißt es nochmal? Ruhiger stellen. Ja. Bisschen dimmen, oder? Wie heißt es? Na, fällt mir die Augen. Bistchen Trang. Bis zum nächsten techniques. Vielen Dank.